Ich bin der König des Wurzels! herzlich willkommen zum zweiten bad let's play far cry 3 where am I what the hell you are weak well not all of you the arm has been dead in to allow for the to doubt it is brave to swim a storm but to sunbathe on a beach with pirates insanity you have the right to take my life but no I will also take yours I am Dennis Jason mangao lava lava the head on the shark in the spider I know who you are Jason you are a warrior and the tatao will allow for you to reveal your true self listen my older brother has been killed I need to find my younger brother and four other friends come with me so you'll help me no you can only help yourself I am going to free you how did I get here I found you on the beach welcome to a manaki village it is something isn't it I have Jason Brody with me the man who escaped fast come for life not escape is a sign that the battle has turned our people are made of good news so these are your people the island calls to the strongest they call to me the island dwellers the Rakiat accepted and I became a member of the tribe they are something on there beautiful most definitely I could have anyone I choose but my will set on one woman cash for weapons oh you want to save your brother right I've never shot anyone before what do they say in america this is the first time for everything ok we are going to now to first buy weapons what would you like and that is this one here yeah yeah and training and training ok 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 you must learn the terrain no way to stand the truth was you is the power to map the island and to locate his men scumless block access the people have no use for the devices such as this yeah man muss in dem Spiel und immer so er hat die Türme freischalten also erobern ist und dann schaltet man immer ein Teil landfrei der Rest ist immer so blau mit einem Muster ok jetzt müssen wir hier auf ihn warten können wir jetzt schon schießen wir sind ja anscheinend oh eine Kiste wir sind ja anscheinend nicht mehr im sicheren Gebiet ok wir müssen jetzt zu diesem Radio Radio Turm Radio Tower gehen und also man muss es gibt viele Radio Towers im ganzen auf der ganzen Map verstreut wir müssen die immer so erklimmen und dann gehört ein weiteres Stück Land uns ok also wir müssen bis ganz nach oben schlägt am Anfang sind ist es ja noch leicht hier hinaus zu klettern aber am Ende ist es dann schon ganz ganz schon schwierig immer so herumhüpfen und wieder einen Weg finden das ist dann schon anstrengend aber hier ist es jetzt ja noch nicht so schwierig es sind immer Kisten jetzt müssen wir hier zu diesem Control also Steuerung hier ist auch immer eine Kiste und jetzt können wir hier aufbrechen und deaktivieren und jetzt sieht man jetzt habe ich hier dieses stück Land freigeschaltet ok jetzt müssen wir hier wieder hinunter ok jetzt kommen wir hier zur Karte also das hier sind immer so Stützpunkte wir beraten Stützpunkte und wenn man jedes Mal wenn man einen Turm freischaltet schaltet man auch waffenfrei also dort wo man vor die Waffe gekauft haben sind dann immer so Waffen gratis also hier sind dann zum Jagen immer die Tiere gekennzeichnet in welchem Gebiet man diese Tiere auffinden kann dann hier sind immer die Radio Tower eingezeichnet und die also ich glaube das hier sind die Städte und hier sind eben die Stützpunkte von den Beraten die kann man erobern und dann kann man sich hin teleportieren da kommen dann auch solche so zwei Pfeile den kann man sich dann teleportieren ja müssen jetzt die kann man noch einen Wegpunkt machen ok ja hier so so Okay, wir müssen jetzt also den Dschungel meistern und wie wir das machen, ob wir das schaffen und was wir tun müssen, das erfährt ihr im nächsten Part Let's Play Far Cry 3. Ich hoffe es hat euch gefallen. Ich freue mich über Kritik, ein Gefällt mir, wenn es euch gefallen hat oder ein Kommentar. Ja, ciao.